Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Auch eine Serie haben wir uns schon angetan, in diesem Fall sind es mal mindestens schon sieben Ausgaben gewesen, dieser HBO Max-Serie mit Colin Farrell in der Hauptrolle, wobei er das ja nicht ganz alleine schaukelt, er hat ein ganz tolles Ensemble um sich rum, das teilweise mindestens genauso viel Screentime bekommt wie er. Wir drei Boys hier teilen uns auch in diese gemeinsame Audio-Time rein. Moinsen Maurice, moinsen Heiko. Hallo! Ich freue mich, wenn wir hier fertig sind und alle drei zusammen Beetlejuice im Kino gucken. Mal gucken, ob es soweit kommt. Ich habe bei der letzten... Ich habe schon dunkle Regenwolken. Oh! Foreshadowing! Eine ganz besondere Besprechung einer, wie ich finde, recht besonderen Ausgabe erwartet uns, denn hier ist wirklich eine Menge passiert. Wir sind genau eine Folge vor dem großen Staffelfinale, also Serienfinale im Endeffekt, da wird wohl keine zweite kommen. Auch wenn ich hier ganz am Ende, ich sehe irgendwo so einen Killer-Croc-Spin-Off, ich sehe es einfach. Wird das hier was werden, auf das ich mich sehr freue, denn ich habe tatsächlich sogar ein paar Stichpunkte gemacht. Wir veröffentlichen das Ganze da hier auch ungefähr einen Tag, nachdem wir es sonst veröffentlichen, weil wir nämlich, ich habe es in der Instagram-Story angekündigt, ganz bizarre persönliche, private Gründe hatten, einen Tag später aufzunehmen. Und deswegen, Maurice, an dich direkte Frage, wie geht es deinen primären Geschlechtsteilen? Wow, denen ging es gut und deswegen hat sich der Podcast auf jeden Fall nicht verzögert, will ich an dieser Stelle ganz dringend betonen. Okay. Genau, das ist die Story und da stinken wir auch dabei, genau, da bleiben wir dabei. Haben wir alle gesagt vorher, wir haben diesen Blutpack geschlossen, dass wir das nicht in Frage stellen. Okay. Da bin ich sehr dankbar für. Auf Discord könnt ihr gerne Spekulationen jetzt anfangen. Jetzt anfangen. Kommt auf Discord und schaut euch meine, ne, also. Gibt es Fotos? Only Fans, ah geil. Cool. Das Ding ist, es bleibt jetzt wirklich so hängen, ne, da könnt ihr euch, das ist jetzt egal, was ich sagen werde, es wird mir jetzt immer schwerer ausgelegt. Ich bin ab gar nichts damit zu tun, ich hätte schon viel früher aufnehmen können und hiermit werde ich jetzt einen Mafia-Krieg anfangen gegen diese zwei Fronten, die sich hier auftun. Also Gigantik passt mir die jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Ja, und das war es auch schon, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, that's all for... Niveau ist schon in der Kanalisation gelandet. Ja, 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 auf jeden Fall beginnt unser Recarepoint ein bisschen anders, ein bisschen anders auch wie diese Ausgabe. Die Folge 7, die hat auch ein bisschen anders begonnen, als wir das so kennen. Denn wir hatten ja schon in irgendeiner, Gott, war es die vierte Folge, glaube ich, hatten wir ja schon, wenn man so will, mehr oder weniger die Vergangenheit von Sophia kennengelernt. Ja, vor allem den Teil in Arkham. Und jetzt ist es endlich soweit, wir erfahren endlich was zur Origin von Osworld Cop. Lieber Heiko, hast du das gebraucht? Äh, tatsächlich schon. Und ich glaube, wir hatten auch schon in der vorherigen Folge drüber gesprochen. Wir haben ja immer wieder gerätselt, was ist mit den Brüdern passiert? Spielen die noch mal eine Rolle? Werden wir irgendwas erfahren? Und ich glaube, wir hatten auch schon kleinere Vermutungen angestellt, dass die vielleicht nicht eines natürlichen Todes gestorben sind, sondern, dass da vielleicht noch was Tragisches mit unserem Pinguin passiert ist. Und dem gehen wir jetzt auf den Grund. Wir fangen an im Jahr 1988. Woher weiß ich das? Es wird nicht eingeblendet. Es ist zwar irgendwie ganz klar die 80er, aber später wird dann mal genamedroppt, dass Beetlejuice gerade im Kino ist. Und das heißt, das muss dann 1988 gewesen sein. Außer, der ist irgendwie früher oder später im DC-Universum gestartet. Wie auch gesagt. Aber wir gehen einfach mal davon aus, wir sind in den 80ern und wir haben den kleinen, pummeligen Pinguin und den kleinen Oswald, der mit seiner Mama zu Hause ist. Und wir merken auch gleich, das ist schon eine wichtige Bezugsperson für ihn offensichtlich. Und dann kommen die beiden Brüder und er wird eigentlich sofort ein bisschen eifersüchtig auf die Aufmerksamkeit, die seinen Brüdern auch zuteil wird. Er kriegt zwar auch einiges ab, aber Oswald hat auch schon sein Hinkebein, also seine Schiene. Und wir merken, der braucht ganz viel Aufmerksamkeit. Und als die Mutter dann die Kids rausscheucht, damit sie irgendwie fertig arbeiten kann, was auch immer sie da macht, das habe ich nicht so ganz durchgeholt, gehen die drei Burschen auf die Straße, sollen sich irgendwie im Kino oder sonst wo die Zeit, sollen sie da totschlagen, treffen dann auf einen Mafiosi, Rex, irgendwer. Ist das der Typ, den wir aus der ersten Folge schon, von dem wir schon gehört haben? Vermutlich, ja. Der total, den Pinguin dann später als den total beliebten Gangster aus seiner Nachbarschaft hochstilisiert, den irgendwie alle Leute hofiert hätten und der irgendwie auf alle gut aufgepasst hätte und so. Das ist ja so ein strahlendes Vorbild für ihn gewesen. Und jetzt sehen wir den zum ersten Mal. Und er sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Sacha Baron Cohen und Waluigi. Ich hatte da noch so Billy Zane, noch ein bisschen, aber okay. Aber ja, ich finde auch ganz wichtig ist halt, wir hatten ja auch immer viel spekuliert, warum hinkt der Pinguin und dass das jetzt endlich beantwortet ist. Wir müssen nicht mehr spekulieren, aber es ist immer noch nicht Andis Axt. Nee, das ist noch nicht. Die berühmte Andische Axt, die immer vermutet und erhofft wird, gefühlt, dass wir endlich den Axtvorfall sehen. Wo kommt denn jetzt die Nabe? Absolut. Ja, aber egal. Aber humpeln tut er schon, das ist der Dude. Und vor allem, was ich hier ganz gut finde, wir lernen eigentlich überhaupt mal die Brüder kennen. Wir haben so eine Idee davon, wie die wohl so drauf gewesen sind. Und vor allem merken wir recht schnell, dass der Älteste von den dreien, ich frage mich jetzt bitte nicht genau nach dem Namen, der kriegt ihr Geld zugesteckt, weil er irgendwas übergibt in einem schwarzen Buch oder so an diesen Mafiosier-Seite-Gerüften. Der ist einfach Buchhalterin, also die macht einfach für die ganzen Läden und natürlich sagt er halt einfach dieses Buch ein, weil er natürlich über die Finanzen des Ladens Bescheid wissen will und deswegen steckt er dem Jungen die Kohle zu. Und das Geile ist ja, dass er die Kohle halt nicht verprassen will, denn er will sie seiner Mutter geben, die zu dem Zeitpunkt scheinbar das Geld ganz gut gebrauchen kann, denn als Alleinerziehende von drei Jungs, das ist bestimmt nicht so einfach. Siehst du denn, ich habe erst gedacht bei der Erstsichtung, dass die ganzen Rechnungen, die sie da im Blick hat, dass es gar nicht die Buchhaltung irgendwelcher Läden ist, sondern quasi einfach ein Berg, eine Rechnung, die sie zu bezahlen hat. Als Alleinerziehende könnte das eine Herausforderung sein. Sie ist auch Freelancerin und muss ihre ganzen Steuern jetzt machen und ihre Rechnungen kontrollieren. Das habe ich falsch verstanden. Ich dachte, die macht da letztlich wirklich jetzt mal eine Abrechnung, welche Rechnung zuerst gezahlen muss und von welchem Geld. Nee, ich glaube, Moritz hat schon richtig erfasst mit der Buchhaltung. Das macht irgendwie Sinn. Ja, so und dann sind die Jungs unterwegs und haben sich überlegt, die gehen mal auf Spiele in einem Ort, den wir bereits kennen. Es ist dunkel, es ist nass und es gibt keinen Strom. Richtiger Ort, um Drogen anzubauen und auch der richtige Ort, um Verstecken zu spülen. Richtig? Absolut, ja. Das ist ein richtig toller Gotham City. Das machen das die Kinder noch nicht. Aber das war damals schon so ein leerstehendes Ding irgendwie, ne? Also das ist ja 30 Jahre später auch nicht viel belebter. Das ist so klassisch Gotham City, oder? Also so Zeug, das einfach irgendwie mehrere Generationen lang leer steht und vor sich hin rottet. Und wahrscheinlich auch so, ja, statt einem Spielplatz oder so hat man halt das. Ja, und da machen sie dann ihr Taschenlampenfangels, Versteckfangels und Oswald muss zählen und seine Brüder verstecken sich an einem Ort, wo er mit seinem Bein schlecht hinkommt. Und beginnt auch noch unfassbar stark zu regnen, alles läuft langsam zu und Oswald ist angepisst und macht die einzige Tür, ja, verschließt er wieder und schließt damit seine Brüder eigentlich ein, ne? Und geht dann einfach nach Hause und... Ich finde, man sieht halt noch, bevor er nach Hause geht, sieht man schon relativ früh zwei wichtige Charakterzüge von ihm oder mehrere Charakterzüge von ihm angeteast, die wir ja dann in dem Erwachsenen im Oswald halt in Höchstform sehen. Das ist einmal seine Obsession mit der Aufmerksamkeit von seiner Mutter oder seiner Liebe zur Mutter, kann man ja so oder so ausdrücken. Dann, dass er ein Schummler ist, also er schummelt beim Zählen schon, also er wird extra nicht gucken und nicht schnell zählen, er macht beides eigentlich und dann halt auch dieses, wenn er geärgert wird, die Übereskalation, ne? Also es ist ja so, seine Brüder verstecken sich an einer Stelle, wo er gar nicht hinkommen kann, ohne eigentlich auf die Schnauze zu fliegen oder sogar eigentlich in Lebensgefahr zu sein, wenn man jetzt das ein bisschen dramatischer sieht, als Helikopter-Dad. Und, ähm, dass er dann sofort so wütend wird, dass er halt einfach diese Tür verriegelt, sodass die Kids nicht mehr alleine aus diesem, äh, Abfluss rauskommen können, so. Also mega impulsiv halt in dem Moment, ne? Und dann, das ist ja, das ist ja so eine komische Metalltür, das sieht irgendwie ein bisschen erschreckend aus, das könnte, das ist ein bisschen wie aus so einem U-Boot erinnert mich das irgendwie, ne? An diese abschließbaren, großen, schweren, ähm, letztlich so, ähm, Schleusentüren ja irgendwie auch und auch interessant, dass da so scheinbar die Kanalisation aufgebaut ist, wofür brauchen wir so eine riesen Schleusentür, eine Kacke-Kanalisation, keine Ahnung, ähm, und dann macht er die zu, wir sehen nicht, wie er sie richtig zumacht, die wird wohl so zu gefallen sein, und dann kommen die Jungs scheinbar auch dann von innen nicht mehr raus, finde ich jetzt auch architektonisch gesehen extrem heikel, ja, das ist so ein bisschen wie diese Kältekammern in irgendwelchen Restaurants, die man nicht mehr von innen aufkriegt, ähm, äh, ist halt so, und, äh, das ist ja eigentlich immer gut, das eine ist ja, dummer, kleiner Junge macht impulsive Scheiße, das andere ist, dass er es durchzieht, dass er nicht zurückgeht, dass es keinem sagt, dass er aus der ganzen Sache nichts lernt, kein schlechtes Gewissen hat, sondern in dem Moment die volle Aufmerksamkeit seiner Mutter genießt. Ja. Und sich auch völlig im Klaren ist, was er da gerade getan hat. Ja, da merkt man auch schon, dass er früh ein Soziopath ist, ne, ich hätte jetzt eigentlich auch irgendwie, äh, fast schon erwartet, dass die Brüder ein bisschen negativer gezeichnet werden. Ja. Ähm, klar, die, 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 äh, foppen ihm da mit dieser, mit dieser Leiter, die er da runterklettern soll, und das ist für ihn ein bisschen schwierig, aber das, die wirken jetzt ja nicht beide wie Bullis. Und irgendwie hatte ich damit gerechnet, dass er eigentlich so, äh, der Jüngste und der Kleinste und der Schwächste gewesen ist und seine beiden Brüder ihn, äh, gebullit haben, aber dem war ja gar nicht so. Also, die wirken eigentlich wie, äh, der große Bruder passt so auf alle auf, das, äh, der wirkt jetzt auch nicht so, als ob er auf ihn nicht auch aufpassen würde. Und, ähm, versucht ihm dir sogar noch einen guten Ratschlag zu geben mit, äh, dass er diesen, diesen Rex, diesen Gangster, äh, nicht so glorifizieren soll, dass das eigentlich kein guter Typ ist. Und, äh, Oswald ist eigentlich so ein bisschen, ja, der ist halt schon ein bisschen damaged, äh, also auch psychologisch damaged, äh, zu dem Zeitpunkt. Schon so ein bisschen ein Otto irgendwie, irgendwo. Ein Otto. Aber ja, äh. Ich wollte sagen Soziopath, aber auch ein Otto. Er ist ein bisschen so ein Otto geworden, aber ne, äh, ja, ich, ich fand's halt auch einfach so. Es wird ja dann gezeigt, wie er das total genießt, mit seiner Mutter Zeit zu verbringen. Und dann fand ich das filmisch sehr cool, wie so sein Blick nach außen geht, wie es immer weiter regnet. Und man sieht ja dann dieses Einmachglas vor dem Fenster. Mhm. Als Symbol dafür, dass man jetzt sieht, dass die Kinder gerade ertrinken, weil da so zwei Äste drin schwimmen. Und halt das Wasser läuft jetzt über. Und du weißt ja ganz genau, diese beiden Jungs, die man am Anfang noch schreien hört, so lass uns endlich raus, ähm, verstummen ja dann auch in der nächsten Szene. Und er hätte ja zu jedem Zeitpunkt Bescheid sagen können, ey du, Mama, wir müssen noch nach draußen gehen. Und er entscheidet sich ja sehr bewusst, die sterben zu lassen. Und er hat ja auch diese Begeisterung für diesen Typen. Also ich, das ist noch nicht mehr so ganz bewusst geworden, warum er diesen Mafiosi-Typ so cool findet. Einfach vielleicht, weil der stark ist. Aber, ähm, weil die anderen Jungs waren ja echt direkt so, die wussten Bescheid, okay, von dem hält man lieber, also dem bleibt man lieber fern. Und irgendwie diese mangelnde Vaterfigur, ähm, scheint was mit ihm gemacht zu haben, auf jeden Fall. Aber wir lernen auch später, dass die Mutter nicht ganz unschuldig ist. Die andere, die Sache, die ich mich auch da gefragt habe, ist, die Jungs sehen ja jetzt nicht unbedingt aus, als ob sie alle vom selben Vater sind. Also, man könnte jetzt auch, also gerade Oswald mit seinen schwarzen, glatten Haaren, äh, fällt ja so ein bisschen raus und, äh, auch so, ja, äh, und der, der Rex hat ja auch so schwarze Haare nach hinten gegelt. Und ich dachte, hm, vielleicht ist das auch der biologische Papa von ihm, aber nicht von den anderen. Ja, okay, kann so gut sein. Ja, also wird jetzt nicht irgendwie groß drauf eingegangen, aber man könnte sich so, äh, selber ableiten. Aber was ich auch noch cool fand in der Szene war ja, dass, äh, hier Oz und seine Mama gucken ja so alte Schinken, so Fred Astaire, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Und da sehen wir dann Leute in Frack und, äh, Zylinder tanzen mit einem Gehstock und wir, wir kriegen schon so einen Vibe vom, vom klassischen Pinguin, wie wir aus den, wie wir ihn aus den Comics kennen, ne? In so einem Frack und eben Zylinder. Monokel hätte noch gefehlt, vielleicht eine Zigarre. Ja, und er schießt halt die anderen Tänzer, ne, in der Nummer, also spielerisch mit seinem Stock, also was ja auch so ein Markenzeichen vom Pinguin ist, der diesen Regenschirm hat und der, wie Batmans Utility-Gürtel, immer voller Überraschungen steckt. Ja, genau. Trick-Regenschirme. Das fand ich ganz cool. Das ist ja so, dass, ähm, die Interlude, die Einleitung in die Folge und ich muss mal sagen, als dann, da wird dann am Ende, am Ende von diesen, von diesen Szenen dann der Titel eingeblendet und dann ist er erstmal vorbei und wir springen wieder in die Ist-Zeit zurück. Aber da war, da musste ich echt schlucken. Ich fand, das war eine ziemlich krasse, äh, für mich beeindruckende Szene einfach. Also, die da sterben zu lassen, ich fand das schon echt hart und das hat wirklich, also, da, also ich hab jetzt auf keinen Fall mehr Sympathien für die Protagonisten als vorher. Ich fand das schon echt, echt krass, da die eigenen Brüder so krass einfach, auch kaltblütig im Endeffekt, äh, zu ermorden. Mhm. Er hat irgendwann mal gesagt, the city took him. Das ist also seine Interpretation davon, wie er es halt letztlich totschweigt. Also, ich fand das schon sehr krass und, ähm, also, ich wäre jetzt, also, ob der, ob der jetzt im Finale stirbt oder Sophia, ist mir egal. Das war's jetzt. Freundschaft mit Pinguin beendet. Ja, schon. Sophia ist nie beendet. Unfollow. Ja, schon. Fand ich auf jeden Fall krass. Nice. Ähm, dann springen wir weiter in das Kaputte, Versiffte, von der Überschwemmung noch immer geplagte Gotham City und wir sind im Zoo. Unser Protagonist, unser Cop ist hier, er geht in seine Wohnung zurück und merkt, fuck, die Tür ist offen, fuck, hier sieht es nicht so aus, wie ich es gern hätte. Und, ähm, ist mit einer Waffe, geht er da rein, wird dann aber relativ schnell überrumpelt. War ein bisschen schräg. Ja, er findet ja noch Vic, ne, der, äh, eine Wunde am Kopf hat, also Vic hat wohl, äh, das, äh, Stemmeisen zu spüren bekommen und, äh, anders als die, die Sidekicks vor ihm hat er es überlebt. Die Sidekicks nach ihm. Ja, stimmt, die Sidekicks nach ihm, ja. Äh, also es ist ja immer schwierig für einen Sidekick im, äh, Batman-Universum, äh, Kontakt mit so einem, mit einem Crowbar zu haben, aber Vic ist tough und, äh, wird von ihm dann rausgeschickt, ne, so hier, such mir meine Armee zusammen. Und das ist das Letzte, was wir von Vic sehen in dieser Folge. Ja, das fand ich auch crazy, weil halt, äh, es kommt ja, äh, um ein bisschen vorwegzunehmen, kommt ja später noch zum großen Konflikt und hat mal gedacht, okay, jetzt gleich kommt Vic und mit seiner Armee. Aber irgendwie, nö, der blutende Vic, der ist weg und was halt, sag ich mal, ähm, wir hatten ja so ein bisschen spekuliert, ob jetzt diese Diagnose oder diese Aussage der Mom, dass sie sagt, du, hier, ich will sterben und, ähm, dass er halt irgendwie seine Mutter benutzt als Leverage und so, ja, ja, ich tue so, wie jetzt, ob die mir noch wichtig ist, aber am Ende, sie will ja sterben, also ist alles gut. Und diese Theorie können wir ja nicht mehr halten, also es ist halt ganz klar, dass er sich sofort stellt, als dann, ähm, nicht Falcone, wie heißt nochmal die andere Familie, Maroni, ähm, dann, ja, genau, als er, als Sal dann vor ihm steht, dann ergibt er sich auch sofort, weil er einfach die ganze Zeit einfach nur wissen will, wie geht's meiner Mutter. Nichts ist ihm wichtiger und, ähm, ja, dann wird er erstmal ordentlich auseinandergenommen oder, sagen wir mal so, er, er wird auf jeden Fall Golf mit ganz anderen Augen sehen danach. Mir ist in der Szene und auch in anderen danach erstmalig aufgefallen, was der Sal eigentlich für eine Plauze hat. Also, okay, wir dürfen alle eine Plauze haben, geht mir jetzt auch nicht anders, aber in den anderen Einstellungen in der Serie hat er irgendwie, ähm, naja, nicht so plauzig gewirkt. Ein bisschen schmeichelhaft, aber der Mann hat ja auch eine, irgendwie so eine Steppweste an oder sowas, also. Genau. Das trägt ja auch auf, ne? Absolut. Und wir alle wissen, dass man halt im Knast einfach immer super viel essen muss. Die ganze Zeit trägt man sich gutes Essen, gerade in Gotham, da willst du einfach nicht mit einem leeren Becher nach Hause. Wir wissen nicht, er ist ein super Koch und wir wissen nicht, wie lange er bei Sophia, äh, übernachtet hat und gekocht hat, also. Stimmt, wir wissen immer noch nicht, ob es einen langen Zeitsprung gab, ne? Stimmt, ja. Ja, das ist, das Pasta setzt immer an, wenn man keinen Sport macht. Das ist auch, apropos keinen Sport machen, ja, auch später für die Folge noch sehr wichtig. Aber, ähm, ja, also es ist ja dann relativ klar, so Oswald hat's ganz schön verkackt, aber, ähm, als wir dann zu Sophia springen, stellen wir halt auch fest, dass bei Sophia aber auch nicht alles so gut läuft, denn sie ist zwar super süß am Brotschmieren und hat eine sehr krasse, ähm, ich weiß nicht, ich sag mal so, das Gegenstück zu The Dark Knight, wo Batman mit Joker diskutiert, hat sie so einen Dialog mit der Mutter vom Pinguin. Und, äh, die beiden gehen so gegenseitig auf Tuchfühlung und schenken sich nichts, ähm, ich fand das relativ gut geschauspielert, ähm, ich find das auch sehr beklemmend, diese körperlichen Leiden, die die Mutter von Oswald hat mit diesem Zittern und so, das ist, ähm, find ich sehr hitted close to home, also wenn man irgendwie Verwandte hat oder so, die an Demenz oder halt auch an einfach Nervenstörungen leiden und man sieht sie so rumzittern, wenn sie aufgeregt ist und so, das ist schon ziemlich cool. Cool gemacht im Sinne von, es wirkt nicht so wie in Filmen, dass immer ganz gerne dann so, ach, du hast einen Zitterer, dann übertreiben wir jetzt komplett und dein ganzer Charakter baut darauf aus, dass du zitterst, weil das ist jetzt alles, was du kannst. Und, äh, fand ich schon crazy, äh, die Szene. Ja, also schauspielerisch ist wirklich die ganze Serie eigentlich total hochkarätig besetzt, also alle geben da wirklich alles, ne? Ich find da auch, es gibt da eigentlich kaum, kaum jemanden, äh, von unseren Figuren, den man irgendwie das nicht abkauft. Da find ich sogar noch, äh, Sophias, äh, äh, Therapeuten-Boyfriend-Opfer, der ist so ein bisschen der schwächste von allen. Ja, der hat so ein bisschen CW-Vibes auf jeden Fall, der hätte auch bei Flash mitspielen können. Absolut, so wirkt das. Aber ansonsten, gerade, ja, diese Szene, die du gerade angesprochen hast, die, die Mutter, die sie da eigentlich auch total, ähm, gut beobachtet auseinander nimmt. Also, äh, Sophia einschenkt, äh, von wegen, ja, du glaubst, weil du jetzt deinen Namen geändert hast, äh, hast du irgendwie das ganze Spiel verändert, in keinster Weise. Mein Sohn kommt, der wird erstmal Maroni, äh, kalt machen und dann kommt der und wird dich, äh, erledigen. Und, äh, und da plötzlich wirkt sie halt so richtig gruselig. Das ist halt, ich hab mir aufgeschrieben, die Mutter hat Charme, Charisma und Eier. Und das find ich halt krass, weil das siehst du so in der, also, das siehst du so noch nicht. Das erste Mal, dass wir in der Folge sehen, dass sie so richtig auspackt, auch mal aggressiv wird. Weil wir sie bis jetzt ja eigentlich nur in Interaktion gesehen haben mit Vic und mit Oz. Und da war sie natürlich, da musste sie noch gar nicht die Coole sein. Aber da offensichtlich ist sie ja eine Person, die auch einiges mitgemacht hat im Leben. Die ist auch abgehärtet letztlich. Die kann auch mal austeilen, wenn es sein muss. Und die hat eben auch einiges einfach erlebt. Und ich muss sagen, das hat mich schon sehr beeindruckt, wie die da austeilt. Die Ferne, also diese Analyse, von der du gerade gesprochen hast, generell die Wortwahl, auch was für ein Vertrauen sie letztlich in ihren eigenen Sohn hat, der sie ja, wie es auch aussieht, immer auf dem Laufenden gehalten hat. Also der hat seine Geschäfte nicht für sich behalten. Der hat diesen Gangwar, den er letztlich angezettelt und letztlich auch gerade irgendwie, nun ja, mitführt, auch nicht seiner Mutter verheimlicht, obwohl die ja eigentlich dement zu Hause sitzt. Also sie war immer auf dem neuesten Stand. Ich weiß nicht, ob Vicky auch viel erzählt hat oder nicht, aber letztlich ist das für mich auch ein bisschen der Beweis, dass sie auch einfach eine enge Vertraute ihres eigenen Sohnes ist. Das hat mir gut gefallen, auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, ich würde sogar so weit gehen, sie ist nicht die Vertraute, sondern letztendlich ist sie das, was der Falcon zu Sophia ist. Nämlich jemand, die halt einen Bösewicht erschaffen hat. Weil ich würde dir widersprechen, dass sie die ganze Zeit eher so eine arme Mutti war, weil man hat schon ein paar Momente in der Serie gehabt, wo sie in ihrer Demenz schon diesen fordernden Ton hat, den wir dann auch am Ende der Folge ja dann das erste Mal quasi sind, wo es dann losgeht, weil sie ist halt selber psychisch nicht ganz sauber so und ist halt einfach super abusive in der Art, wie sie redet und fordert und setzt halt ihren Sohn massiv unter Druck. Also alles, was letztendlich Pinguin da macht, und das sieht man ja auch, dass er sich halt ergibt, um seine Mutter zu retten, macht er für seine Mom und nicht für sich. Also am Ende hat er auch gesagt, hier, ich geb dir mein Imperium und alles, Hauptsache ich krieg meine Mom. Aber sie ist eigentlich der größere Pinguin. Sie ist quasi der Emperor-Pinguin. Oh. Das auf jeden Fall. Wobei, habt ihr das ihm abgenommen, als er gesagt hat, hier, ich geb dir das Imperium, du kannst alles haben, gib es mir einfach nur wieder? Weil ich hab auch sofort gedacht, das ist eine Falle natürlich. Also er will sie wiederhaben, aber ich glaub, Oswald kann auch nicht sowas machen, ohne nicht auch gleichzeitig dran zu denken, wie er seine Feindin da ausschaltet. Nee, natürlich. Also er würde natürlich immer noch nicht sein Wort halten, weil das kann er einfach nicht. Weil er aber halt das auch, ne, glaub ich, also seine Motivation ist ja, seiner Mutter ein besseres Leben zu gewähren. So, oder das ist ihr Wunsch von ihr gewesen. Das ist immer so sein Ziel. Und natürlich hat er auch noch eigene Ziele. Aber ich glaub halt, dass das trotzdem dem Untergott ist. Aber er würde natürlich nicht noch einen Plan in der Hinterhand haben. Also das würde ich auch nicht denken. Dass er so, oh nein, ich bin jetzt lieb. Und Hauptsache ich hab meine Mom und wir leben jetzt auf der Straße. Also das auf keinen Fall. Und dass Sophia auch weiß, wie sie die Mutter zu triggern hat, dass sie einfach von den anderen verstorbenen Söhnen sprechen muss? Ja, da hat sie einfach nur gepoolt und geguckt, ob man sie irgendwie verletzen kann. Also das hat ihr ja nicht gepasst, dass sie da so eine taffe Gegnerin vor sich sitzen hat. Und hat natürlich nach Schwachstellen gesucht und auch welche gefunden. Und dann hat sie ja auch wirklich so eine Art, so eine demente Episode, wo sie nicht mehr weiß, wo sie ist, wann sie ist. Aber das, ja, wieder sehr verletzlich in dem Moment. Also auch da, toll gespielt. Sophia auch ganz geschockt. Sophia weiß gar nicht, wie sie reagieren soll im ersten Moment. Hier haben wir nochmal die Namen übrigens, ich hab's gerade notiert. Das sind Jack und Benny gewesen, die beiden Brüder. Zur Vervollständigung dessen. Ja, das war einfach eine tolle Szene. Ja, aber dann wird ja auf einmal dann direkt wieder unser CW-Boyfriend wieder wichtig, der nämlich Sophia, was ich eben schon ein bisschen angedeutet hab, mit einer schlechten Nachricht konfrontiert. Und zwar die Tochter ihrer Cousine ist ja als einzig Überlebende aus diesem Gasanschlag oder als eine der zwei Überlebenden aus dem Gasanschlag rausgegangen. und hat jetzt wohl angedeutet bei ihrem Arzt, dass sie was gesehen hat an dem Abend. Ganz ominös. Und er wirkt direkt schon so, ey, bro, just say the word. Ich mach alles für dich, wenn ich sie zum Schweigen bringen soll. Und was wir ja dann so ein bisschen sehen, ist ja so dieser Kreislauf von Traumata, worum es ja eigentlich auch sehr viel in den Batman-Comics geht, auch gerade in den neuen Comics, dass Sophia so ein bisschen damit konfrontiert wird und gerade als sie dann auch diese Sache selber in die Hand nimmt, während halt Pinguin gerade von Cell überfallen wird in seiner Bruchbude, geht sie dann in diese Anstalt für verwaiste Kinder und fühlt sich erstmal total an Arkham erinnert. Sieht auch echt jetzt nicht ganz so schön aus, aber nicht ganz so schlimm wie Arkham, immerhin. Und dann gibt's ja diesen Moment, wo sie erstmal sieht, was für einen Schaden sie da angerichtet hat an einem Mädchen, an einem Mädchen, in dem sie sich, glaube ich, auch ein bisschen selber sieht. Denn dieses Mädchen verletzt sich auch selber in ihrer Traurigkeit. Und sie ist auch super mutig und spricht einfach Sophia darauf an, ob sie es war, die ihre Eltern getötet hat. Weil sie hat nämlich eine Gasmaske in der Tasche von Sophia gesehen und kann halt eins und eins zusammenzählen. Ich hab mich wirklich, also ich meine, das sagt sich so einfach, aber warum ist die in dem Heim? Warum ist sie nicht bei Sophia? Gibt's da irgendeinen Grund für? Ja, die hat da, ich glaube, die will sich ja nicht drum kümmern. Die ist ja auch gar nicht in der Lage, sich um ein Kind zu kümmern. Das ist sie nicht. Nee, aber das wäre auch da besser mit Nanny. Das Geld ist ja auch da. Also echt, da hätte ich mir, also keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung. Also, was ich ja, was du eben schon angesprochen hast, Maurice, das fand ich auch, das ist ja auch wirklich in der Folge besonders stark nochmal. Wir haben hier die, der Pinguin, der ein Produkt der, der wahrscheinlich eigentlich auch Misshandlung seiner Mutter ist, ne? Und wir haben Sophia, die merkt, dass sie einfach das repliziert, was ihr, was ihr schlimmer Vater gemacht hat. Und ich glaube, als hier ihre, was ist das irgendwie, Großcousine oder das kleine Mädchen eben dann irgendwie sagt, ja, hast du sie alle umgebracht? Ich glaube, sie sagt sogar, Sophia sagt sogar, formuliert das genauso, wie das ihr Vater, Karmann, zu ihr gesagt hat mit so, ja, glaubst du, ich wäre wirklich in der Lage, sowas zu tun? Ich bin mir nicht, wenn wir jetzt nochmal reingucken würden, das sind wahrscheinlich genau dieselben Sätze. Also, ohne es jemals abzustreiten, eher so ein bisschen wieder die andere Person in den Zwang zu bringen. So, ja, glaubst du, ich wäre überhaupt sowas in der Lage? Was wirfst du mir denn da vor? Gaslighting much? Ja, genau. Gaslighting, genau. Aber sie sagt ja dann auch, dass das böse Menschen waren, dass sie den Tod verdient haben und dass sie dankbar ist, was ja letztlich ein Schuldeingeständnis ihr gegenüber ist. Ja. Und insofern sind die Verhältnisse ja auch geklärt. Jetzt ist trotzdem die Frage, warum, welchen Grund sollte die kleine Gia übrigens, heißt sie, jetzt haben das jetzt doch nicht so weiter zu verpetzen? Ja, das ist irgendwie überhaupt nicht klar. Hat Sophia den Hass nachträglich irgendwie jetzt eingeflößt auf die toten Mamas und Papas da? Ich weiß nicht. Ich glaube, darum geht Sophia eigentlich in dem Moment dann auch nicht mehr. Also, sie ist da sicherlich hingekommen mit der Hoffnung, sie dazu zu kriegen, das nicht zu sagen. Aber ich glaube, in dem Moment, wo sie sich ertappt hat, dass sie gerade einfach genau das repliziert, was ihr fürchterlicher Vater zu ihr gesagt hat und sie eigentlich dasselbe Monster geworden ist und sich selbst oder hier Gia das nochmal antut, mal entschuldigen. Ich glaube, ab dem Moment war es ihr eigentlich auch, waren ihr so die Konsequenzen auch nicht mehr ganz so wichtig. Also, sie kommt ihr dann auch sehr aufgelöst zu Hause an und nachdem sie auch nochmal von Oswald dann hört, dass, ja, da können wir auch schon mal vorweggreifen, es gibt ja eine Auseinandersetzung mit Maroney, der schnappt ja Oz, bringt ihn zu seinem Labor, erklärt den Leuten da, dass sie jetzt für ihn arbeiten und kann es ja kaum erwarten, den Pinguin endlich umzubringen, muss aber warten, weil er wohl mit Sophia ausgemacht hat, dass sie ihn gemeinsam umbringen und sich noch einigen, wie sie es genau machen. Ja, das nutzt natürlich hier Oswald, hat das schon so ein bisschen, hat da wohl schon was geplant. Der provoziert mit Augenkontakt, wird dann mit diesem einen Typen, der da scheinbar die Elektrik ganz gut aus der Wand reißen kann, klar, wie er jetzt in der Plan B ist, genau, dass er Strom da überhaupt nicht richtig liebt und dann ist schon echt einfach ein Vollassi-Move zu erzählen, wie der Geruch seiner brennenden Frau war. Also, da muss man schon sagen, so, Alter, da kriegst du jetzt aber keinen, also, das bringt die jetzt nicht in den Himmel. Ja, wirklich nicht. Was ein Vollarsch einfach, der Ossi. Was ein toller Vollarsch. Fast wird, ob er ein Bösewicht wäre. Ja, und Maroni geht ja voll drauf ein, fängt ja an, auf ihn einzudreschen und Pinguin nutzt die Gunst der Stunde. Das Licht geht aus und er versucht zu entkommen. Es gibt ein Handgemenge mit Maroni und dann, ja, dann schlägt die Plauze zu. Beziehungsweise die ganzen fetten Nudelgerichte. Das Cholesterin-Bistones, da ist es. Ja, und Maroni hat einen Herzinfarkt. Und was ich da toll fand, in der Szene war, dass Oswald so enttäuscht war, so, hey, was, komm schon, steh auf, hier, wir wollen das verprügeln. Also, ich dachte so, du sagst nicht aus, als ob du diesen Kampf gerade gewinnst. Nee, nee. Aber wir haben trotzdem gesehen, dass er sowohl einstecken als auch austeilen kann. Also, etwas, was ja schon in den Comics selten der Fall ist. Also, da sieht man, wenn Pinguin in den Kampf verwickelt ist, ist er immer so eine typische Punching-Bag, der Bat-Family, der einfach gerade beim New 52, was ja eh nicht so die Glanzstunde des DC-Universums war, sein einziger Character-Point war, dass er gut informiert war und immer erst mal verprügelt werden musste. Es gab, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, weil ich mich das so geärgert habe, da wurde Pinguin im selben Monat in zwei verschiedenen Comics-Serien die Zähne jeweils rausgeschlagen, was natürlich nicht in den jeweiligen Comics referenziert wurde. Aber es war dann auch jedes Mal so, ja, das ist das New 52. Wir sind das ultimative, die Ausgeburt davon, wenn Leute nur The Dark Knight Returns mögen. Hier sind alle immer böse und hart und wir treten Pinguin erst mal in die Fresse, bevor wir ihm eine Frage stellen. Und er sagt sogar in einem Comic, das so, nee, ich erzähl's euch schon. Und er kriegt trotzdem dann noch so einen rein von Batman, was einfach so untypisch ist. Ja, also es war ziemlich sad. Aber ja, und hier... In der Sel-Stirb-Szene hatte ich zwei Punkte, die ich auf jeden Fall noch mal kurz kurz ansprechen will, weil sie mir so gefallen haben. Also zum einen, das ist das Letzte, was er Sel-Mons Gesicht sagt, diesem sterbenden armen Mann, der gerade Schmerzen in der Brust hat. So ist es wie, ich hab gewonnen, ich hab dich getötet, du bist der Arsch. Das ist einfach nochmal einen draufsetzen, warum auch immer, völlig unnötig. Er ist wohl schon tot sogar, als er das sagt, ne? Also der ist relativ schnell... Nee, 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 auch noch kurz vorher. Er nimmt ihn nochmal hoch, die Augen sind noch offen und er sagt ihm sowas, ich hab gewonnen. Ja, dass er danach noch einen langen Monolog hält und das fand ich gut und das andere, was ich auch gut fand, weil wir es vorhin schon kurz mit Kameras hatten, die irgendwie in dem Fall, was glaube ich ein Einmachglas ist, wo Wasser voll läuft, gut fanden, gibt's hier auch diese Szene, dass er nochmal Schüsse abgibt auf die Leiche dann schon und die Kamera dann so zuckt mit jedem Einschlag in die Brust, das fand ich ganz cool. Das hat einfach... Das hab ich so noch lange nicht... Also noch nicht gesehen, keine Ahnung. Das fand ich optisch ganz okay. Ja. Also ich fand's halt auch cool, dass er ihn so abgefuckt dann nochmal irgendwie einfach abballert und dann, ja, also was du schon meinst mit diesem Monolog, den er nochmal hält, weil er sich selber so ein bisschen hochämpt, wie cool er halt ist und dass er es halt geschafft hat. Also das ist ja auch wieder das, dieses Impulsive in ihm und dieser Machtkomplex und dass er doch stärker ist und Sachen machen kann, was ihm niemand zugetraut hat. Das ist ganz wichtig, ihm da zu sagen nochmal. Ja, auch dass er überhaupt nochmal schießt. Ja, bei dem Schießen hab ich mich gefragt, ob das jetzt einfach nur sein Zorn ist, so um ihm noch was mitzugeben oder um es, damit's auch so aussieht, als ob er ihn tatsächlich umgebracht hat und nicht, oh, Pinguin und Moroni haben da gekämpft. Zweiteres, auf jeden Fall zweiteres, das hab ich auch. Ja. Weil er musste den erschießen, es musste eine Schusswunde geben, damit er sagen kann, er hat gewonnen in einem richtigen männlichen Todeskampf, so kann er die Story eigentlich erzählen. Das ist schon genau der Grund dafür, ja. Er nimmt ja dann auch den Siegelring von ihm, also quasi eine Machtübernahme, das ist auch immer so ein Zeichen, fand ich schon gut. Ja, und ruft ja direkt danach bei Sophia an, ne? Das ist ja dann, um sie mit den heißen News zu versorgen, dass dieses Bündnis nicht so lange gehalten hat. Ja, ich glaube, das ist halt einfach, was ich halt auch sehr, was ich halt auch sehr cool fand, oft ist ja in Serien so, oder kommt jetzt ein Bösewicht und nimmt jetzt von einem anderen Bösewicht das Imperium ein und alle Goons sind immer so, okay, Arbeit, Arbeit und ich hab nicht mehr darüber nachgedacht. Aber hier sind die halt, die sind ja dem Pinguin sehr treu, also die stecken halt für ihn echt den Kopf rein, ne? Und der Elektriker, den wir in der Folge davor eingeführt gesehen haben, vorgesteckt gekriegt haben, ist ja auch maßgeblich wichtig, dass das alles funktioniert und sie sind dann auch danach dabei und sagen, okay, geil, dann kämpfen wir jetzt auch noch für dich, obwohl sie ja eigentlich teilweise nur dafür da waren, Pakete einzupacken und Pilze irgendwie klein zu hacken. Also, der hat gute Bros da unterwegs. Ja, das ist vielleicht aus dieser Ansprache auch resultierend, die wir hatten in der letzten Ausgabe, als er diese Biere da verteilt hat, weißt du? Da war doch so ein bisschen We take back our city. Vielleicht ist das so ein bisschen der Gedankengang, der jetzt hier auch die motiviert. Ein Mann des Volkes. Ja, genau so einer. Einer wie wir. So ein Burgerbrater. Genau, so ein richtiger Müllmann. Ja, exakt. Er ist der Spongebob unter den Gotham Williams. Wegen Burgerbraten. Aufgequollen und Gelb. Ja, wir reden über Trump, Maurice. Ach so, ah, oh, sorry. Ich hab, ich bin, ihr redet über Politik, ich rede über Nickelodeon. Erwachsen werden kann man auf viele Art und Weisen. Ja, aber nicht in diesem Podcast. F steht, wir Freunde. U steht ununwählbar. Okay. Ja, wie findet ihr eigentlich Sophia's Redemption, keine Ahnung, ich verwechsel immer englische Worte, aber ich glaube, das Wort passt. Sie hat ja dann letztlich diese Erfahrung gemacht, zum einen aus dem Mädchen, das sie da in diesem Waisenheim sieht, die ja letztlich, sie sieht sich selbst in diesem Mädchen und zum anderen natürlich auch aufgrund der Ansprache von Cops Mom, dass sie ja eigentlich, sie ist auch irgendwie die Böse und irgendwie ist sie in diesem System, das ihr Vater und die Männer um ihren Vater herum über Jahre etabliert haben, sie setzt eigentlich die Arbeit nur unter neuem Namen fort. Wie glaubhaft findet ihr ihre, sag ich mal, ihren Perspektivwechsel? Ja. Hat sie überhaupt den Perspektivwechsel? Für den Moment. Ja, genau. Hey, du bist auf einem guten Weg und wenn du jetzt einen richtig guten Therapeuten an deiner Seite hättest und nicht irgendwie deinen seltsamen CW-Fuck-Buddy, dann würdest du vielleicht auch die richtigen Schlüsse ziehen. Aber stattdessen fragt er, ja, was willst du, Sophia? Was willst du denn? Und sie, ich will das, ich will frei sein und dass Oz leidet. Schmerzen zufügt. Okay, gut. Sie plant ja im Endeffekt, sie macht ja dann erstmal einen Terroranschlag, bei dem ja viele Leute sterben. Also, so richtig, die Gute ist sie jetzt nicht geworden. Also, der Outcome dann, also, um dann so das nochmal so schnell aufzuarbeiten, um dann die Frage nämlich besser beantworten zu können, ob sie denn redeemable ist oder nicht, beantwortet sich, finde ich, echt genau das, was du gerade angedeutet hast, Heiko. Also, es ist halt so, ja, komm, gib mir meine Mutter wieder, sagt der Pinguin, dann kannst du hier, dann finden wir Frieden und alles ist gut. Und sie sagt auch, ja, komm, ich hab nämlich auch keinen Bock mehr auf die Scheiße. Und dann ist so ganz geschehmäßig bei der Übergabe, der Pinguin ist natürlich gerissen genug, überall Leute zu stationieren, dass die dann halt einen Hinterhalt machen können. Das Auto fährt so langsam rein, viel zu langsam und noch langsamer geht's eigentlich nicht, wo man eigentlich schon hätte. Alle außer ihm erkennt's, oder? Also, ich hab gewusst, was da los ist. Ja, natürlich. Also, ich hab nur kurz gedacht, vielleicht brennt seine Mutter oder sowas, aber als quasi so letzte Vergeltung, damit's halt, ne, dass die even sind oder was auch immer. Aber, oder halt, dass halt der Bruder, der war ja auch im Kofferraum und ich hab halt gedacht, ach, die Mom ist halt im Kofferraum. Aber damit spielt's ja auch. Er hat ja kurz diese Angst, shit, da liegt jetzt meine Mutter, aber nein, es ist nicht die Mutter, es ist einfach anscheinend ultra viel Sprengstoff, also so viel Sprengstoff, dass man halt einfach im ganzen Häuserblock einfach einstürzen lässt. also sie eskaliert halt völlig und es ist halt wirklich so, man sieht einfach nur, wie dieser ganze Wohnblock, wo Oz groß geworden ist, einmal groß hochgeschubst wird und wieder in sich zusammenfällt. Also ne heftigste Explosion, die auf jeden Fall klar macht, von den Drogen und von Ossis Henchmen bleibt nichts mehr übrig und er flüchtet sich ironischerweise in dem Vault, in dem er seine Brüder getötet hat. Vault, ja, okay. Ja, ich wusste kein besseres Wort, ich hab direkt so dieses Fallout-Geräusch, wenn ich diese Tür sehe. Ja, also von daher, also ich weiß nicht, ob Sophia schon auf ihrem Redemption-Arc ist, weil bisher wirkt es eher so wie, ja, okay, ich opfere das Drogengeschäft, weil eigentlich geht es mir gar nicht so sehr um hier das Drogengeschäft meines Vaters, sondern ich will einfach nur verrückt sein und Leute töten. Das ist das eine Definition von Freiheit. Ich glaube, dass das einfach ein bisschen von beiden ist. Sie will halt, glaube ich, nicht mehr diese Mafia-Strukturen einfach fortführen. Also ich glaube, da sieht sie halt, dass das Quatsch ist. Aber sie will halt einfach Oswald jetzt aber auch nicht komplett ungeschoren davon kommen lassen. Also das ist so ein, also der ist halt so böse, der hat es schon verdient, dass dem jetzt was Schlechtes passiert. Ja, das ist eigentlich der Weg, der Weg, eine richtige Superschurkin zu werden. Ich brauche nicht mehr diese Mafia, ich brauche nicht mehr diese organisierte Verberechnung. Ich brauche nur meinen perversen Psychotherapeuten-Sidekick und ein Kostüm vielleicht und jetzt kann ich hier frei sein und morden, wie ich lustig bin. Eigentlich schon cool. Also so als arg für sie. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Also ob sie denn, ob sie überhaupt irgendwo hingeht oder ob sie, ob ihre Storyline in der nächsten Folge ein years Ende finden wird. Apropos hingehen, wo ist sie am Ende der Folge? Keine Ahnung, haben wir nicht gesehen, oder? Es ist noch ein Kino gewesen, oder nicht? Genau, also sie geht nämlich dann zu dem Kino, wo wir erstmal denken, okay, ich hab, oh shit, ich hab mich drauf geachtet, war das das Monarch-Theater? Weil dann ist das nämlich das, wo ja Bruce mit seinen Eltern sich The Mark of Sorrow angeguckt hat. Warte mal, Andi, du hast doch immer die Folge offen. Ich lasse dich nebenbei laufen. Also in Monrose ist er mit seiner Mutter tanzen übrigens. Ach nee, okay, nee, dann ist das das, das ist das Monrose, das ist nicht ein Kino, sondern das ist, weil wir sehen mich ja dann da die Rückblende, weil wir haben ja nochmal einmal gesehen, dass dieser Therapeut mit der Mutter auch nochmal geredet hat und mit so komischen roten Lichtern irgendwie sie auf einen krassen MDMA-Tag geschickt hat. Ja, genau, und halt einfach Informationen aus ihr rausgeholt hat und ich hab ja immer noch die Hoffnung, dass es am Ende doch viel Das ist auf jeden Fall dasselbe Monrose nochmal halt, also da ist sowohl dann die Mutter, also beide Szenen spielen dann da in diesem Monrose. Okay, und also anscheinend wollen sie halt Oswald an einem der Momente oder an einem der Orte stellen, die für ihn glaube ich mit am prägsamsten sind, denn es kommt nochmal eine Rückblende, in der wir halt sehen, wie Oswald seine Mutter fällt halt natürlich in ein tiefes depressives Loch, das wird zumindest angedeutet, weil er halt für sie Essen kocht und so ganz zackhaft an ihre Tür klopft, also es ist wohl inzwischen klar, dass die Brüder tot sind und sie macht die Tür nicht auf, aber plötzlich macht sie die Tür doch auf und ist komplett herausgeputzt und da kommt so noch eine weitere Sache, ich fand schon davor in den Folgen war so die Nähe zwischen Os und seiner Mutter immer so von der körperlichen Ebene her manchmal ein bisschen Intens und vielleicht liegt es auch an meinem gestörten Verhältnis zu meiner Mutter, was gar nicht so gestört ist, hoffentlich, muss man noch rausfinden. Sollte sich die Antwort auf Discord melden, ja. Ja genau, merke ich mal bitte auf Discord. Ne, und fandet ihr nicht auch, dass der kleine Os auch schon an der Anfangsszene seine Mutter ein bisschen zu sehr freudsch, google-ei mäßig anguckt? Das hat schon sehr Oedipale Züge, ja. Genau, okay, dann war ich nicht alleine mit, weil es ist immer so schwierig, wenn man so, bin ich das jetzt das Problem? Oder ist der Charakter? Das ist schon klar. Ne, das ist auf jeden Fall da drin. Ja, nein, das steckt auf jeden Fall da drin und das ist auch total creepy und macht es auch so unangenehm, weil es wirklich dieses, diesen Oedipus-Komplex da so drinstecken hat und dann halt diese Parentifizierung von Os, ne? Die Mutter, die sagt, du musst dich um mich kümmern, ich brauche jetzt wirklich, du musst jetzt wirklich derjenige sein, der meine Wünsche und meine Träume wahr werden lässt, weil sonst muss ich leider sterben. Das sagt sie ihm ja so, im Endeffekt, während die beiden eng umschlungen dort tanzen. Also so ziemlich alles falsch gemacht, was man so mit so einem Kind machen kann. Ja, Top-Mom auf jeden Fall. Eine Sache noch, weil ich das halt jetzt so ein bisschen offensichtlich finde, aber halt, das ist garantiert keine Absicht gewesen. Am Ende gab es halt diese Explosion und Os taumelt da rum und kriegt dann noch eine auf den Deckel und dann wird halt da eingesagt und das ist ja letztlich alles so ein bisschen dieser 11. September-Stilistik mit diesem Weiß auf den Gesichtern von der Asche und so. Das ist ja eine Szene, die haben wir in der Form relativ ähnlich vor kurzem im Kino gesehen. Könnt ihr euch noch an, kleiner Spoiler, Joker 2 erinnern? Da war es ja auch vergleichbar. Mit dem Ton natürlich, der dann, ja genau, also es ist immer dann, wenn ein Charakter nochmal auf null resettet wird quasi, oder halt eine, aber ja, ich fand es auch da wieder, das sah alles gut gemacht aus, fand ich, das fand ich ganz gut und ich fand es halt auch ganz schrecklich zu sehen, wie diese ganzen armen Goffin-Bewohner da echt mal wieder hart getroffen wurden, obwohl sie gar nichts gemacht haben. So, ey, ich war einfach nur in Goffin und irgendeine komische Alte hat jetzt einfach, weil sie sauer auf einen Typen ist, der wie ein Pinguin genannt wird und in dieser Folge wird er endlich auch mal wieder The Pinguin genannt. Lage ich jetzt einfach mal alle in die Luft und da wird halt dann von einem korrupten Cop, der noch einmal ja für ihn gearbeitet hat, einfach einkassiert und zu Sophia gebracht, ne? Ja, das war echt so eine Stadt, da ziehst du es lieber weg. Ja, auch da habe ich wieder gedacht. Ich habe mich jetzt noch gar nicht beschwert, diese Folge, aber auch da, großer Terroranschlag, Leute, die armen Leute in Gotham haben schon wieder ein schreckliches Desaster, wenn es doch nur irgendeine Art von ach, dunklen oder hellen Ritter gäbe, so eine Art ja, maskierter Michiland. Ich sage, ja, Batman, wo ist Batman? Wo ist das verdammte, gibt es denn in diesem Universum kein Batsignal? Ist das nicht eingeführt worden? Oder? Das ist eingeführt worden, das war auf dem Dach, das war auf der Spitze eines Neubauten-Dings. Ja, ist noch nicht freigeschaltet oder da muss erst noch mal jemand vorbeigehen und das abnehmen oder so, das wird auf jeden Fall benutzt. Der TÜV fehlt noch, genau. Also ich bin mir sicher, Gotham City ist so eine Stadt, da müssen Touristen keine Kortaxe zahlen, da bin ich mir sehr sicher. Ja, aber das, was Heiko halt anspricht, das war halt, ich habe wirklich in dieser Folge die ganze Zeit, war ich so, ach, ich bin richtig drin, alles cool und dann ist das auch noch passiert und wir haben uns jetzt schon die Folgen davor beschwert, wie doof das ist, dass jetzt Bruce nicht irgendwie mal am Start ist, aber da war für mich jetzt der absolute Breaking Point, wo ich meinte, ey, jetzt muss aber aufkommen, weil, also sie müssen, wenn sie es nicht behandeln werden, warum er zu dem Zeitpunkt einfach nicht aktiv war, dann ist eigentlich auch alles egal, dann können die auch einfach, dann macht bitte, nenn es einfach nicht mehr Batman Spin-Off oder sonst was, weil es ja einfach so albern ist, als ob Batman nicht sofort am Start wäre, weil der Pinguin wird ja wach auch erst nach einer gewissen Zeit, also es ist ja nicht so, dass er darunter stürzt, während über ihn die gesamte Kanalisation einmal kaputt geht, sondern er ist ja echt erstmal ausgenockt und hat ja diese Traumsequenz und es war so lächerlich einfach, wo ist Batman? Und es wurde ja auch bereits am Ende vom letzten The Batman etabliert, dass er jetzt auch tagsüber, ähm, also in Aktion treten kann, wenn Not am Ende ist, das war ja die Sache, ne, dass er eben nicht nur in der Nacht zu sehen ist, sondern dass er auch den Opfern am Tag hilft, ähm, nach so einer Katastrophe, ja, tja, so, zwei Sachen hätte ich vielleicht noch, weil wir uns so offensichtlich, glaube ich, jetzt durch jede Szene der Folge gearbeitet haben, so ein bisschen allgemeinerer Natur, denn wir sind ja immerhin in Folge sieben von acht, das heißt, in der nächsten Woche erwartet uns das große, vielleicht sogar epische Finale, ähm, zum einen möchte ich von euch wissen, so Storytelling mäßig, wir haben jetzt sieben von sechs Folgen gesehen, ist es euch eigentlich zu gehetzt? Ist Spacing okay? Finden wir diese Filler-Episoden und Filler-Szenen mit der Origin, finden wir das gut oder finden wir das nicht gut? Heiko, vielleicht erst mal an dich direkt die Frage, wie findest du Spacing, wie findest du so die Dynamik der Story, wie gefällt dir das bis jetzt? Ah, ich muss sagen, ähm, ich find's eigentlich vom Pacing sehr gut, ähm, die ersten drei Folgen waren so ein bisschen, bisschen lahm noch im Vergleich und ich find, die Serie hat richtig angezogen, äh, ich bin, eigentlich, ja, total drin, ich mag diese Flashback-Folgen, es ist eigentlich das, was ich, was die Serie auch bisher echt super gemacht hat, es hilft total, die Charaktere noch ein bisschen, ein bisschen auszuleuchten, äh, es wirkt, fühlt sich alles total stimmig an, also auch so von der, von der Herleitung der Figuren, äh, wenn wir dann die, die, ähm, den Background sehen und eben so die Wunden der Vergangenheit und wie die, ein bisschen die Gegenwart getragen werden und wie die halt motivieren, ähm, also ich bin da eigentlich sogar relativ beeindruckt, weil nach den ersten beiden Folgen hätte ich nicht gedacht, dass die Serie so in die Tiefe geht und bis auf diese ganze Batman-Sache, die halt so über allem schwebt als großes, hä? ähm, finde ich, hat sie mich jetzt auch echt noch nicht enttäuscht. Ich mag sie, ich hab heute wirklich nach der Folge drüber nachgedacht, ich dachte, ich glaub, ich mag die Serie auch, also die ist auch einfach interessanter als der letzte Batman-Film von der, von der Art, wie sie mit ihren Figuren umgeht, wie diese Figuren, äh, einem nahe geführt werden und dann irgendwie doch wieder komplex genug sind, dass man sie nicht zu sehr mag, aber irgendwie immer noch ein bisschen interessant findet, also sie hat mich echt, äh, nochmal gekriegt und ich bin auch echt gespannt auf die letzte Folge. Ich hoffe, sie bleiben sich jetzt so treu und machen was Interessantes mit der letzten Folge und nicht nur so ein, ja, eben all die Erwartungen, die wir jetzt haben, ja, irgendwie wird der Pinguin jetzt halt wieder so ein richtiger Crime-Boss und kriegt sein Setup für den nächsten Batman-Film. Ich hoffe, sie überraschen uns noch mit einer echt interessanten Entwicklung der Dynamik Vic, Pinguin, Sophia und Emperor-Pinguin-Mutter. Dann lass doch gleich nochmal kurz über das Finale spekulieren, das ist immer auch Teil von solchen Recaps hier, aber, Maurice, wie fandest du bis jetzt so die Erzählung, die Geschwindigkeit, Dynamik und hast sie nicht gesehen? Hat es dir auch so gut gefallen wie mir und Heiko? Ja, also ich muss leider ganz langweilig dann, wenn du das auch so siehst, einfach zustimmen, euch beiden. Also, weil ich halt wirklich auch gesagt habe, ich hatte richtig Bock, die Folge zu gucken, trotz meiner Probleme in allen Intimbereichen. Habe ich halt echt gedacht, so, boah, ich will jetzt aber auch wissen, wie es jetzt zu Ende geht und was da jetzt noch so passiert, weil man halt auch mit den Charakteren, die sind einem ja dann doch sympathisch, was heißt sympathischer, äh, man ist neugierig auf die Charaktere, ich glaube, das ist ja auch so ganz oft so ein Ding, ähm, kann man auch noch überrascht werden von Serien, weil wir leben jetzt in so einer Zeit, siehe uns drei, everyone is a critic, wir haben alle so viel Medien konsumiert und das Thema Media Literacy ist ja auch immer so mega spannend, gerade wenn man sich Joker 2 und die Rezensionen dazu anguckt und so und die Serie kriegt's halt voll hin, sich selber ernst genug zu nehmen und ein Produkt zu liefern, was, glaube ich, super massentauglich ist, gleichzeitig hatte ich so einen kurzen anderen Nachgeschmack nach dieser Serie, äh, nach dieser Folge, ähm, neben dem Batman-Ding, was mich echt rausgehauen hat, war so dieses, oh man, ich weiß ganz genau, dass diese Serie vielen Leuten richtig hardcore abgehen wird und es wird wieder ewig viel Diskussion auf Partys geben, dass man Batman nicht nur gegroundet, ähm, darstellen muss, weil das hatte ich nämlich lustigerweise dieses Wochenende, ähm, hatte ich ein so Gespräch, wo nämlich genau das nämlich passiert ist, dass jemand zu mir meinte, ja, aber man kann Batman doch jetzt gar nicht mehr so fantastische Figuren geben, weil er jetzt schon seit über zehn Jahren immer so gegroundet dargestellt wird und dann war halt auch so dieses Ding, ja, aber Scarecrow war ja jetzt auch nicht nur gegroundet, zwar hatte dann Christopher Nolan so kurz irgendwie einen Hirnknoten weil er meinte, das wäre voll unrealistisch, wenn Bane sowas wie Venom nimmt, aber, äh, Crane ist voll okay, ähm, aber ja, ich, ich hasse es jetzt schon, wie die Zukunft der Batman-Medienlandschaft aussieht für jemanden, der einen fantastischen Batman mag, weil die Serie wird mega gut ankommen, man sieht's ja auch auf Reddit, hab ich letztens schon erzählt, alle feiern die Serie Ultra, die Folgen sind gut bewertet auf den Review-Plattformen und Warner Brothers wird auf jeden Fall sagen und jetzt noch mehr, mehr gegroundeter Batman, wir brauchen noch mehr, mehr Scham, mehr Scham vom Source-Material, aber ja, ich fand die Serie gut. Da schließe ich mich an und würde jetzt gerne einfach noch so ein paar Dinge in den Raum werfen, was so rein spekulativ die Zukunft der Serie betrifft, also quasi das Finale. Also zum einen haben wir ja schon mal gemerkt, dass wir Vic in dieser Episode nur ganz kurz gesehen haben und wir dürfen gespannt sein, wie und ob er wiederkommt und ich wäre nicht überrascht, wenn es ein ähnlicher Moment wird wie der, wo er ursprünglich mal mit seiner Freundin eigentlich abhauen wollte und mit dem pflaumenfarbenen Maserati war es, glaube ich, weggedüst ist und man den Eindruck hatte, er hätte Oz jetzt sitzen lassen, aber nee, er hat sich ja dann doch für seinen Chef entschieden und ich bin, also ich wäre nicht überrascht, wenn wir in vergleichbare Szene wiederkommen, wiederbekommen, dass er so ein bisschen die letzte Rettung in der letzten Sekunde irgendwie ist, dass er irgendwie noch, keine Ahnung, was auch immer für Sachen macht, die letzten, also er sagt ja, er kriegt ja noch gesagt von Oz, hier besorg mir eine Armee, mal schauen, was Vic da so anstellt, wenn er eine Armee besorgen muss, so viel bleiben da ja nicht mehr übrig, ich bin auch sehr gespannt, was mit der Mutter passiert, also das Vic so tot ist am Ende, weiß ich nicht, wäre natürlich denkbar, wegen dem, auch wegen dem Drama-Aspekt der Serie, aber die Mutter, also wenn die es überlebt, überlebt die es halt, es ist eigentlich auch, keine Ahnung, ob wir noch so eine Szene kriegen, wo er sie erschießen muss und damit irgendwie vor Sophia auftrumpfen kann, keine Ahnung, es gibt schon, das haben wir auch schon in der internen Gruppe geteilt und ich werde es auch nicht inhaltlich besprechen, aber es gibt schon Leaks dazu, wie die Figuren teilweise aussehen werden, da bin ich sehr gespannt, wie das dann auch so wirkt, im Bewegtbild und so, da freue ich mich drauf, ich bin mir weiterhin ziemlich sicher inzwischen auch, dass wir keinen Cameo von unserem Fledermausmann sehen werden, davon gehe ich auch nicht aus, dass wir wirklich, also auch nicht von hinten oder so, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, aber ich glaube, es gibt keinen wirklichen Grund daran zu glauben, dass da nochmal irgendwas passiert, selbst einen Namejob würde ich hier nicht erwarten und so bin ich insgesamt gespannt, ob es eine Staffel 2 geben könnte oder nicht, es ist nicht geplant, ich brauche sie auch nicht unbedingt, ganz ehrlich, es ist auch mal schön, wenn es einfach zu Ende erzielt ist, meinetwegen macht doch, ich habe vorhin die Killer Crook Serie mal in den Raum geworfen, warum nicht auch sowas, es ist zu fantastisch, ich weiß es nicht, aber ich würde mir glaube ich durchaus nochmal was angucken, was so auch in dieser Welt spielt und mit solchen Figuren erzählt wird, ob das da wieder eine Mafia Serie sein muss, weiß ich nicht, ich bin mal gespannt, was ich nach dem Finale dazu zu sagen habe, ja und Heiko, jetzt habe ich ein paar Sachen genannt, was glaubst du erwartet uns demnächst noch im The Batman Universum, konkret jetzt auch im Staffelfinale? Also für Vic gibt es für mich eigentlich nur zwei Optionen, entweder er stirbt oder er macht eben jetzt genau die Entscheidung, die er vorher nicht gemacht hat und haut ab, also entkommt, entweder entkommt er diesem, diesem, diesem sündigen Leben, auf das er dazu steuert, was ihn unglücklich machen wird, so wie es all die Leute unglücklich macht, die wir da, den wir da zugucken und er entscheidet sich im letzten Moment eben nicht, die Armee da hinzubringen oder, 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 ja, taucht bei seiner Freundin in Florida oder Bloodhaven oder worüber auf oder er wird halt sterben. Ich glaube nicht, dass Vic diese Sache als Sidekick von ihm überlebt. Das würde mich schockieren. Und die einzige andere Prediction, die ich machen kann fürs Finale, ja, wir werden Batman auf keinen Fall sehen, wir werden auch nicht von hinten sehen, auch nicht die Stiefel, aber, aber, ich glaube, wir werden ganz am Ende, letzter Shot der Serie, wird das fucking Bad Signal sein, das wir am Himmel sehen. Und wenn sie das nicht machen, dann, Leute, stürmen wir das Weiße Haus. Ja, im Senat oder so. Congress war es, gell, Congress. Ja, diesmal das Weiße Haus, wir dürfen uns nicht wiederholen. Ja, das ist ja voll langweilig, wir sind besser als die anderen. Ja, also, ich kümmere mal kurz an, also, meine Prediction ist, dass einer der letzten Shots der Serie D sein wird, dass Vic wird so dieses nicht wirkliche, die aus Ex Machina Ding sein, dass er plötzlich erscheint aus dem Nichts, sondern es wurde ja geplantet, dass er kommen muss und helfen muss, aber das, ja, es kommt halt eine große Eskalation und wir sehen halt am Ende, wie ein aufgelöster Oz mit der Leiche seiner Mutter, die er so embracet, quasi nochmal tanzt, wie damals, als er ein kleiner Junge war und Vic guckt sich einfach um, sieht überall die Leichen und das Verderben, was einfach einhergeht mit diesem Lifestyle und beschließt dann zu gehen. Also, und Oz endet am Ende wieder alleine und weiß halt auch so für sich, dass er sich auf niemanden verlassen kann und ich glaube nicht, dass der Kleine stirbt, der Vic, aber ich glaube halt, dass Sophia wiederum die Serie nicht überleben wird. Also, dass vielleicht, und das ist jetzt eine sehr düstere Sache, aber ich glaube, dass sie mit sich selber nicht leben kann und vielleicht selber auch die Freiheit auf einem sehr negativen Wege sucht. Aber sehr makaber, ich würde es nicht an die Wand malen, bevor wir die Folge gesehen haben. Aber ja, Batman, ich könnte mir vorstellen, dass die so richtig assig, so einfach wie bei, da war es ja okay, dass die wie bei Peacemaker, wo man nur Flash und Aquaman gesehen hat, weil die auch zufällig gerade da waren, aber dass man halt wirklich, wenn nur so ein Stand-in von Batman sieht, man wird auf gar keinen Fall eine echte Interaktion sehen. Wir sind gespannt, was da noch auf uns zukommt. Wir freuen uns, glaube ich, alle drei durchaus auf das Staffelfinale und werden das auch wieder in einem Recap für euch besprechen. Wir machen diesmal keine Vorhersage, wann genau da die Recaps oder der zu achten Episode rauskommen werden, aber wieder so ungefähr um das Startdatum. Und liebe Zuhörenden, wir freuen uns mega drauf, uns mit euch über die Serie auszutauschen. Das passiert hier und da mal. Also auf YouTube zum Beispiel kriegen wir relativ gutes Feedback. Das muss ich euch nochmal schicken, Jungs, das seht ihr gar nicht. und dann gucke ich mal auf Spotify, da gucke ich auch viel zu selten, aber tatsächlich gibt es Menschen, die finden das hier gut, was wir hier machen. Wir kriegen da viele Sympathiepunkte vor allem. Inhaltlich geht es dann auch gar nicht so um das eigentliche, um die Recaps, sondern ich finde es einfach sympathisch, was wir hier machen. Ich kann mal sagen, heute war meine Ausgabe, da war ich komplett nüchtern. So viel ist auch mal nicht selbstverständlich. Moment, so bist du, wenn du nüchtern bist, dann fangen wir wieder an zu trinken. Und ansonsten freue ich mich, dass du heute... Ja, sagt Heiko. Hey, ich lese mal die Kommentare. Ich glaube, ich mache mal was Verrücktes. Ich lese einfach mal die Kommentare, Leute. Ja, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Ich habe vorhin auch mal in die deutsche Synko reingeschaut, ganz kurz, in die von der letzten Ausgabe. Ganz, ganz kurz kurz und es klingt halt anders. Also es ist einfach erstmal schon mal ungewohnt, ist halt so, ne? Aber Os klingt auch genau wie im Film halt, selbe Synchronstimme, aber sehr viel höher. Es ist einfach höher Stimmlage letztlich. Und Sophia habe ich jetzt auch kurz noch mitgenommen, auch einfach anders ungewohnt. Ah, nee, will ich nicht. Ich gucke jetzt, dafür ist es zu spät jetzt, noch auf Deutsch zu wechseln. Ob es jetzt gut oder schlecht ist, liebes Publikum, das sagt uns mal. Gerne auch auf Discord im Community Hub des Tele-Stammtischs unter tele-stammtisch.de slash Discord könnt ihr uns erreichen, mit uns schreiben und manchmal auch was gewinnen. Ziemlich genau gestern, vorgestern Abend endete ein gigantisches Gewinnspiel zu Halloween mit mehreren Deluxe, Super Sonder, Steelbook, Fan-Editionen von wirklich vielen Horror-Klassikern. Da ist jedes einzelne Media Book hier, keine Ahnung, 50 Euro wert. Also kommt mal rum, lohnt sich, sag ich mal. Lohnt sich. Ja, das war's. Lieber Heiko, lieber Maurice, ich fand's schön. Vielen Dank. Du bist auch schön. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtischs betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.